Was passiert hier? Ich habe gedacht, hier wird vielleicht was gemacht. Und die kriegen noch Heiz. Ich kann mir vorstellen, dass das echt lange dauert. Und wir müssen die ganze Produktion neu machen. Oh, vielleicht wird es dann echt mal Zeit, diese scheiß Bäckerei zu schließen. Fertig. Lockerproduktion im Wert von 4.000 Euro in den Frostern und so weiter. Erstmal holen wir uns den Stream-Twitter. Strom wieder da. Ha! Super! So. Hoi! Hoi! Hi. Machst du mir Cappuccino? Ja. Und feierst du dich so? Was? Dann feierst du dich so. Warum ich mich so feier? Weil ich mir die Kugel bald gebe, wenn das hier so weitergeht mit dieser Pech-Trainer. Mit dieser was? Mit dieser Pech-Trainer. Geht es rum immer noch nicht? Was? Jetzt gerade hat mir Axel geschrieben, dass es geht. Ja, ich habe ich hier. Die Community hier. Hallo. Hallo Ist das? Hallo, không? Hallo. Beenduniversität mit mir? Ja, das ist kurz mit mir. Warum? Ja. Ich vermute, wenn du ihr mit mir wählst. Ja, ich bin mit mir. Wie geht es hier? Vora hoch, da madre hoch, da wen die leben. Vora hoch wurde đỏ mit euch zu geboren. W chats? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann ja mal kurz kurz sagen, was sie mir hier aufgeschrieben hat. Vielen Dank. Ich kann es zumindest nicht sagen. Ja. 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 Ja, doch. Ich habe Kakao vorgelesen. Zweimal steht. Ja, aber ich habe auch gerade zweimal Kakao vorgelesen. Ja. 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 Oh! Ja. 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 Neしろ. Ja. buenas der ganzen programma checken. Schön, dass ihr kurz Hallo gesagt habt, es tut mir leid. Ich wollte das einfach mit euch teilen. Was für ein Scheiß, was manchmal ist, wenn man selbstständig ist. Ich werde den Stream jetzt ausmachen, weil ich werde dann kurz die Autofahrt nutzen, um zu telefonieren. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns die Tage irgendwann wieder. Macht's gut. Ciao. Bis bald.